Willst du was sagen? Unauffällig? Nein, eigentlich nicht. Außer, dass wir heute gegen eine dezente Anzahl an Bastions spielen werden und wir werden versuchen... Also die maximale Anzahl natürlich, also sechs. Also sechs, ja. Sieht man ja. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Rechts sind ein paar. Oh, jo! Was geht bei dir? Oh, hier die Armee! Ohohohoho! Alter, was geht hier ab? Okay, auf High Ground ist schon mal clear, ich hab Ulti. Und du so? Was hast du hier... Wann hast du den Punkt? Woah! Hast du geultet? Oh, ich hab... Hä? Wo? Ach, da! Ja! Wollte ich schon sagen, wir sollten mal den Funk... äh... Alter, den Funk focussen, ja. Alter, ist was funny. Da kommen sie! Einer geht auf High Ground, das hab ich eben gehört, oder? Ach, da kommen sie schon wieder. Ah, ja, 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 ja. Oh, ich hab wieder Ulti. Ich, ich clear mal ne. Ah, Einer auf High Ground. Ja! Gefährlich! Ohohoho... Nein. Oh Gott. Oh, was geht da ab? Eih. Ich helf dir mal, ne? Oh Gott. Da kommen sie wieder! Alter, ich hör die ganze Zeit nur 5-fach Kill, 6-fach Kill, 5-fach Kill. Aber wir haben den Punkt, glaube ich. Ah, ne, warte, hier kommen wieder welche. Ja, verpiss dich mal. Ich bin übrigens lowlife. Ich hau mal ab. Oh, und hab gerade meinen Mauspad etwas so reingestellt. Oh, ULTEN! Ich hab nur 20 HP. Ich bin tot. Hast du Ulti? Lass mal zusammen reinulten. Was geht hier ab? Hier, die versuchen zu fliehen. Ey, der hat mich geboxt. Ey, der hat mich schon wieder geboxt. Frechhaut. Hör auf, dich zu healen. Das ist mein Healpack. Ich komme zu Hilfe. Oh Gott, die Ulten alle! Oh Gott! Oh Gott! Ah! Ich bin so tot, Alter. Ja, bin tot. Alter, ich auch. Scheiße! Boah, was? Oha! So, das ist Z-Bulti! Ja, ihr Ficker! Ich hab dir leider nichts mehr übrig gelassen. Tut mir leid. Nur einen. Aber sie kommt von links! Boah, der wollte gerade ulten. Dann hab ich ihn gekillt. Das ist ein Glück. Oh Gott, sie ulten wieder! Ah! Er ist low, der Ulti! Äh, Typ. Fuck, der ist. Eie, haha. Nee, du ultest nicht! Ich lebe noch. Ich lebe noch. War nicht mehr lange. Oh, die haben drei auf einmal geultet. Ich muss hier weg. Ich komme zurück! Hilfe! Ich hab's überlebt. Ich hab's überlebt. Ich hab's überlebt. Auf den Punkt! Da musst du drauf gehen. Da geh ich drauf? Nein, nicht ulten! Nicht ulten! Scheiße, bin tot. Das sind fünf Bastions, die Bastion heißen. Und das Bastion, die Bastion zwei heißen. Los, Patrick, Attacke! Oh Gott, alle. Gott, Hilfe! Da kommt von hinten einer, pass auf! Der Ulti, der in der Ulti ist. Die spawnen viel zu schnell, das ist machbar, den Zeichpunkt einzunehmen. Nein, das ist machbar, das schaffen wir! Komm schon! Ich hab wieder Ulti! Wir kriegen die! Komm schon! Komm schon! Ich bin tot. Ich stelle meine Maus-Sensibility mal viel zu hoch. Bist du auch gestorben? Oh, du sagst, Alter. Ja! Oh, wie bitter! Wie bitter! Der Beste, der dich geknittet, hat mich auch geknittet. Okay, lass mal rechts lang gehen. Okay, wir variieren krass. Das ist die neue Teil. Wir variieren! Okay, jetzt rüber. Hier sind die Ersten. Oh, ja, die Ersten, sagt er. Kann man da nicht einfach die ganze Zeit durchdashen, quasi? Eigentlich schon, oder? Okay, okay, ich bin durch. Nein, nicht ulten. Nicht ulten, nicht ulten. Boah, komm schon! Clear the Point! Okay, wir haben den Punkt jetzt gecleared. Ah, warte, da links wieder, wenn ich drauf. Boah, ich aim gerade so schlecht, ne? So, ich fick euch jetzt hier weg. Ihr lauft hier nicht in meinen Punkt rein! Ihr Wichser! Okay, bin tot. Okay, Reflect. Ab Ulti. Oh, das ist Verlängerung, ey. So, schnell den Punkt einnehmen. Boah, da ist noch einer. Komm schon! Nicht ulten! Links wieder! Ich hab sie, ich hab sie, ich hab sie. Ich bin tot. Das war's. Keine Chance. Keine Chance. Oh, shit, Alter. Oh, shit, Alter. Oh, Mann, ey. Das war's. Niederlage! Die Lampen haben gewonnen! Das war aber auch ein fairer Cut. Oh, warum du? Ich hab doch auch so krasse Ultis gehabt. Krass. Warte, Mann, Mann. Du machst einfach recht. Hä, du hast Rechtsblick benutzt? Ich hab Rechtsblick kein einziges Mal in diesem Match benutzt. Oha, da sind wir beide da. Hä, wo sind die? Hä? Ach, Leute, guck mal, jetzt kommen die alle raus. Spawn-Tripping. Hier. Yo, wie viele? Ah, rechts hoch. Ja, wie schnell. Aua, in die Vier. Attacke! Alter. Scheiße. Scheiße, geil. Ja, hab mal kurz aufgeräumt. Ich muss mich kurz ziehen. Hab 52 HP. Scheiße, weißt du, wo hier irgendwo... Weißt du, wo hier irgendwo ein großes Heapack ist? Sie kamen! Ja, ich muss mich hierhin! Nein! Scheiße. Ich hab hier... Äh, die haben sich aufgestellt, das ist ganz schlecht. Äh, ich hab hier... Was du überhaupt überlebt hast, Alter. Hä, ich hab nicht überlebt, ich bin wieder gespawnt! Nein, doch, du hast doch mit 50 HP überlebt, hast du gesagt. Nein, ich wurde am Ende geboxt. Ich bin tot. Du hättest die Heapacks übrigens krasse einstellen müssen. Trabe ist auch so witzig. Oh, ja, auf den Weg sind wieder alle! Juhu! Action, Party, Jungs, und Mädels! Bin tot. Das sind einfach zu viele. Es ist übrigens schon einer auf dem Punkt, scheinbar. Gleich stellt er sich auf. Ach, den Ulf-Bastion hab ich gekriegt, Junge. Da hinten ist einer. Wir versuchen von rechts zu flanken, jetzt. Oder einer zumindest. Der Wichser boxt mich einfach. Was soll das? Frech halt. Eigentlich ist voll schlau, die von vorne weg zu, äh, zu spawn-trappen. Ja, ne. Oh Gott, ich hör sie stampfen, Alter. Jo, da kommen sie. Holtest du sie jetzt? Ich halte den Rücken frei, dass keiner durchläuft, weil das ist der einzige Weg, wo die lang können. Das schaffst du schon. Ah, oh! Ich komme! Hä, laufen die jetzt auch woanders lang, oder? Ey, nicht hier langlaufen. Ich glaube, das ist der einzig vernünftige Hühle-Punkt, der Spawn. Juhu! Das ist kombiniert. Oh, oh, oh. Oh Gott! Wie viele haben gerade bitte auf einmal geultet? Oh mein Gott, die gehen flanken. Was sind das denn für welche Frechse? Die Stoas sind zu hapumunat. Hä, die flanken jetzt. Was sind das denn für Wichser? Die flanken jetzt alle! Hä, Frechheit! Was für Wichser? Nicht ulten! Oh, ich bin tot. Ah, da ist wer auf dem Punkt, so wie ich es gehört habe. Kopf! Verkillen! Ja, ein einziger Punkt! Verkillen! Verkillen! Er hätte fast das Game geholt. Jetzt müssen wir glaube ich defensiv bleiben. Verkillen! Wir gewinnen! Wir gewinnen! Oh Gott! Wir haben verloren! Willst du mich jetzt verarschen? Warum hast du die nicht aufgehalten, du Lappen? Ich wollte die von hinten alle weg holten. Warum hast du die jetzt verkackt? Hä, die waren doch schon alle längst auf dem Punkt, Junge! Ah! Wollte die noch sammeln! Ach ja, das war das am Anfang. Wie lange soll ich die noch hinhalten? Guck mal! Ja! Wie viele Teile da rum lagen hast du gesehen? Oha! Bastion Nummer 4 hat zwei bei uns bekommen. Einer ist bei mir! Oh, das war geil! Das war mega geil! Das müssen wir auf jeden Fall nochmal machen.